So, jetzt die Prozedur beginnen. Probrecht! Oh du! Wie ist das Probrecht? Mehr aus den Augen! Ich bin ein Narr in solchen Dingen. Lappalien, es ist ein Krug zerbrochen worden, hör ich. Ein Krug, so! Sieh ich da! Seht ihr den Krug? Ja, wir sehen ihn. Und Rusch, spring deinen aus dem Fenster. Mach es kurz, wer was. So geht's im Feuer des Gefechts. Gefecht? Wird sich alles finden. Meint ihr, dass die Justiz ein Töpfer ist? Ich bin ein Töpfer ist. Ich bin ein Töpfer.